Wir starten mit der Mobilisierung vom Oberkörper, könnt ihr euch einmal ganz weit strecken, mit dem rechten Arm über den Kopf ziehen, einatmen, ausatmen, wechseln, einatmen, linken Arm über den Kopf ziehen, Länge spüren, ausatmen, wechseln, einatmen, ausatmen, einatmen, die Finger ziehen zur Seite und ihr spürt es die Weite im Körper, ein weiteres Mal wechseln, einatmen, Länge spüren, weite spüren und ausatmen, langsam senken, wir gehen weiter in die Tellerübung, einatmen, Daumen ziehen nach außen, könnt ihr euch einmal vorbereiten und schauen, wie flexibel ihr hier seid, stellt euch vor, ihr habt zwei Teller auf den Handflächen, einatmen, weite spüren, Arme über den Kopf bringen, strecken, ausatmen, internal rotation, einatmen, landen, weite spüren und ausatmen, langsam wieder landen, über die internal rotation und die Drehung von den Tellern Hier geht es in die external rotation nochmal und nochmal in die internal rotation und versucht jetzt schon die Wirbelsäule mitzunehmen Jetzt geht es schon weiter in die Ballübung Ihr könnt euch vorstellen, ihr habt einen großen Ball zwischen den Armen versucht eine schöne Länge zu schaffen vom Scheitel Richtung Decke und mit aktivem Powerhouse versucht sie hier mal Kreise zu ziehen Mit diesem Ball in den Armen, ihr seid bis zu den Fingerspitzen aktiv Genau, fünf Kreise in die eine Richtung, fünf Kreise in die andere Richtung Versucht es ganz klein zu beginnen und immer größer zu werden Bauchnabel zieht nach innen Und es geht schon weiter mit der Beinmobilisierung Einatmen, länger spüren im Nacken, in der Wirbelsäule und ausatmen, rechtes Bein heranziehen Nun fließt einfach die Atmung und ihr könnt es dreimal mit gebeugtem Knie und dreimal mit gestrecktem Beinkreise ziehen Genau, dreimal nach außen, dreimal nach innen Zuerst wieder mit gebeugtem Bein von außen nach innen und dann mit gestrecktem Bein Knie heranziehen, strecken Und ihr spürt es, wie hier der Iliopsoas schön aktiv wird Einatmen, große Kreise mit dem linken Bein von innen nach außen gebeugt, dann gestreckt Versucht es währenddessen schön stabil zu bleiben Länge spüren im Nacken, in der Wirbelsäule Versucht es euch auf einen Punkt zu konzentrieren Und jetzt geht es schon in die Kicks Linker Arm zur Seite, rechtes Bein macht einen Schritt nach hinten und ihr versucht die Handfläche zu erreichen mit diesem Kick Einatmen, Ausatmen, Kick dreimal und dasselbe über die Seite Arme sind jetzt zur Seite gewandt Rechtes Bein ist überkreuzt hinterm linken und ihr kickt es wieder dreimal Wieder rechten Arm nach vor linkes Bein nach hinten und Kick Ihr versucht es wieder die Handfläche zu erreichen dreimal Jetzt Arme wieder zur Seite Rechtses Bein hinter das linke und wieder Kicks durchführen Versucht es eben die Länge zu halten euch wieder auf einen Punkt zu konzentrieren Das alles, alle Übungen gehen natürlich mit aktiven Powerhouse leichter Reißverschluss, Bauchnabel, Rippenbögen Und wir gehen jetzt in eine breitere Beinposition Spürt es hier wieder das Fädchen Das imaginäre, was euch hochzieht beim Scheitel Fingerspitzen ziehen, Richtung Decke Einatmen, Ausatmen Reißverschluss, Bauchnabel, Rippenbögen schließen Powerhouse aktivieren Einatmen, Brustkopf weiten Ihr geht schon in die Rückbeuge und mit der Ausatmung in die Hocke Einatmen, Länge spüren Sitze kurz von der Seite Ausatmen, Powerhouse aktivieren Einatmen, Brustkopf weiten und Becken zieht nach vor Powerhouse bleibt aktiv Bauchnabel nach innen Und die nächste Ausatmung Bringt euch in die Hocke Ihr könnt es eben wieder mit offenen Mund ausatmen Einatmen, Brustkopf weiten Wieder hochziehen Länge spüren Ausatmen, Powerhouse aktivieren Becken zieht nach vor Rückbeuge Einatmen, Brustkopf ist weit Und die nächste Ausatmung lässt euch wieder in die Hocke Einatmen, Brustkopf weiten Ausatmen, Aktivierung spüren in der Hocke Jetzt geht es direkt weiter in eine angenehme mobilisierende Dehnung Könnt ihr das linke Bein strecken, das rechte Bein strecken Zehen, heranziehen Wer möchte, kann natürlich auch in Amnaskar Mudra die Übung durchführen Dann ist es ein bisschen schwieriger für die Balance Haltung Einatmen, Brustkopf bleibt weit Rücken bleibt gerade Und ausatmen Spürt die Mobilisierung in der Hüfte Jetzt bleibt es in dieser sehr breiten Grätsch-Standposition Und versucht hier die Cat-Cow-Übung durchzuführen Einatmen, Blick noch vor Ausatmen, Blick zum Bauchnabel Einatmen, Blick noch vor Ausatmen, Blick zum Bauchnabel Und dann geht es gleich weiter In den halben Lotus-Sitz Hier könnt ihr einfach mal nachspüren Einatmen, Scheitelpunkt zieht wieder hoch Ausatmen, Sitzbein, Höcker sind schön verwurzelt am Boden Finger gehen ineinander Und wir gehen in unseren Buddha-Flow Einatmen, Buddha-Bauch formen Ausatmen, verbrauchte Energie Nach unten drücken Einatmen, Harnflächen schauen nach oben Strecken Ausatmen, zurückfließen Einatmen, Bauch formen Ausatmen, loslassen Einatmen, Länge, Weite schaffen Ausatmen, fallen lassen Ein drittes Mal Einatmen Ausatmen Ausatmen Einatmen Einatmen Und ausatmen, fallen Und es geht hier auch nochmal in eine kleine Ketkao-Bewegung für die Wirbelsäule Einatmen, weiter Ausatmen, schließen Einatmen, Brustkorb weit Ausatmen Ausatmen Blick zum Bauchnabel Einatmen Einatmen Speziell im Brustwühl-Bereich Die Dehnung spüren Und ausatmen Großen Katzenbuckel machen Jetzt geht es auch hier nochmal in External Rotation Weiter im Brustkorb spüren Ausatmen Blick zum Bauchnabel Internal Rotation Wir verbinden diese Schultermobilisierung mit der Wirbelsäulenmobilisierung mit Katkao Und ein drittes Mal Einatmen Weiter Und ausatmen Damit die Schultern noch mehr und besser mobilisiert sind, geht es in die Schultershrugs Ihr atmet ein Zieht die Schultern zu den Ohren Ausatmen Schultern sind tief Dreimal Du kannst auch direkt einen Übergang dann ins Äpfel pflücken machen Abwechselnd eine Schulter zum Ohr ziehen Dreimal jede Seite Und wir gehen in unsere Geben und Nehmen Nehmen Hand Kreisbewegung Dreimal gehen wir ins Geben Dreimal ins Nehmen Atmung fließt Und das Handgelenk wird hier schön mobilisiert Jetzt geht es schon in die Bankposition Versucht die Schultern über die Handgelenke zu bringen Das Becken ist über den Knien Einatmen Länge spüren zwischen den Wirbeln Scheiteln Punkt ziehen nach vor Steißbein zieht nach hinten Ausatmen Reißverschluss Bauchnabel Rippenbogen schließen Powerhouse aktivieren Und es geht schon weiter in eine Handgelenkstärkung Handstärkung Fläche Zelt Faust Fläche Zelt Faust Jede Seite dreimal Und jetzt machen wir langsam Kreise mit den Schultern über den Handgelenken Also die Schultern wollen sozusagen Kreise rund ums Handgelenk durchführen Dreimal nach links, dreimal nach rechts Fingerspitzen drücken währenddessen immer gut in den Boden Sind schön verankert Aktive Handmuskulatur Und auch hier geht es nochmal In die Kettkauer Bewegung Einatmen Brustkorb weiten Ausatmen Blick zum Bauchnabel Einatmen Steißbein Zieht weit nach hinten zum oberen Teil der Wand Ausatmen Brustkorb Brust Brustwühlbereich Zieht Richtung Decke Einatmen Blick nach vor Ausatmen Blick zum Bauchnabel Währenddessen wieder gut die Handgelenke schützen Mit aktiver Handmuskulatur Dann geht schon das rechte Bein hoch Richtung Decke Einatmen Knie zum Brustkorb Einatmen Rechte Zehen Bord die Richtung Decke strecken Brustkorb ist weit Ausatmen Knie heranziehen Einatmen Weite Ausatmen Schließen Selber mit dem linken Bein Fingerspitzen rücken währenddessen gut in der Matte Einatmen Weite spüren Blick nach vor Ausatmen Einatmen Gesäßmuskulatur Also wieder tief Zehenspitzen ziehen hoch Ausatmen Schließen Einatmen Weite Ausatmen Und jetzt geht es schon weiter In die Liegestütze Hier könnt ihr versuchen die Ellbögen neben die Rippenbögen zu lassen Das heißt die Ellbögen gehen nicht nach außen Sondern bleiben in dieser Linie Dreimal Und Ausatmen Wieder Landen Genau Nochmal zum Verbildlichen von vorn Ihr wollt wirklich dass die Ellbögen neben den Rippenbögen sind Und die Nasenspitze geht sozusagen in ein Dreieck zu den Händen Jetzt in einem kleinen Flow Einatmen Liegestütz Ausatmen Entspannen Einatmen Länge Ausatmen Kindeshaltung Einatmen Aktive Bauchmuskulatur Ausatmen Kindeshaltung Und Dasselbe mit einem Bein in der Luft Und mit dem Cat Cow Flow Rechtes Bein geht hoch Ein Ausatmen Liegestütz Knie heran Einatmen Weiter Ausatmen Push Einatmen Linkes Bein zieht hoch Und Liegestütz Ausatmen Push Und schließen Ein Aus Einatmen Aktive Bauchmuskulatur Aus Und wieder entspannen Handgelenke kreisen lassen Wirbel für Wirbel hochrollen Und es geht weiter in das Unterarmbrett Wir halten es eine Minute Hier könnt ihr versuchen die Arme schulterbreit zu lassen Ein Bein zurückstellen, das andere zurückstellen Aus der Bankposition Und versucht ihr wirklich den Brustkorb schön weit zu halten Die Länge spüren zwischen den Wirbeln Vom Scheitelpunkt bis zu den Fersen die Länge spüren Einatmen Einatmen Und ausatmen Powerhouse ist aktiv Reißverschluss Bauch Nabel Rippenbögen schließen Große Rotator Cuff ist hier spürbar Atmung fließt Gesichtsmuskulatur bleibt entspannt Und ihr pusht es euch gut weg Mit den großen Schultermuskeln Wir haben es gleich geschafft Und ihr könnt es entspannen Und die Schultern dehnen Es geht nochmal ins Unterarmbrett Nach der Entspannung Hier könnt ihr dreimal Kreise ziehen In die eine Richtung Dann in die andere Richtung Mit den Knien Und dann dreimal linkes Bein hochpuschen Dreimal rechtes Bein hochpuschen Von den großen Gesäßmuskeln weg Dreimal nach vor Und zurück kippen Atmung fließt während den Übungen Und dann wandern wir schon In die Delfinposition Becken zieht hoch Steißbein zieht hoch Ihr pusht es euch weg Mit den Schultern Nacken bleibt lang und entspannt Kopf ist schön schwer Einatmen Steißbein zieht hoch Richtung Decke Ausatmen Wegpuschen Mit den Armen Wir halten das wieder eine Minute Weit spüren Zwischen den Wirbeln Steißbein wird von Imaginären Fädchen Hochgezogen Und damit bleiben parallel Und auch hier Gehen wir in Mini-Mini-Ligastützbewegungen Ihr versucht es immer wieder Den Schultern nach vorn zurück zu gehen Dreimal Und wieder Wirbel für Wirbel Dann hochrollen Aus der Bankposition Wieder Finger gut in die Matte drücken Wie Saugnöpfe Und hier in der Brettposition Abwechselnd an die Knie Richtung Matte bringen Wir versuchen das wieder Eine Minute zu halten Das heißt ihr sammelt euch in der Brettposition Fingerspitzen sind schön aktiv in die Matte gedrückt Und Nacken ist lang Weiterspüren vom Scheitel bis zu den Fersen Einatmen Länge halten Ausatmen Powerhouse aktivieren Einatmen Länge halten Ausatmen Wegpuschen Einatmen Weiterspüren im Brustkorb Ausatmen Großes Aktiv Ellbögen sind leicht gebeugt Und jetzt können wir schon abwechselnd die Knie Richtung Matte bringen Dreimal Atmung fließt immer Und ihr entspannt es in der abscheinenden Hundposition Versucht es in Scheitel Richtung Matte zu bringen Brustkorb ist weit Steißbein zieht hoch Richtung Decke Und die Fersen zum Boden Jetzt geht es schon in die Shoulder Shrugs vom abscheinenden Hund Ihr versucht es abwechselnd die Ohren zu den Schultern zu bringen Dreimal Und könnt ihr auch natürlich hier größere Liegestützbewegungen durchführen Abwechselnd dreimal die Ellbögen Beugen Und wieder entspannen in der Kindeshaltung Konzentriert sich auf den Punkt zwischen den Augenbrauen Und der Kopf ist schon schwer und rot auf der Matte Einatmen Ausatmen Entspannen Absinken Und das geht schon weiter in die Unterarm-Brett-Position Wo wir abwechselnd die Knie heranziehen Wie in einer Schwimmbewegung Rechtes Bein dreimal Linkes Bein dreimal Knie über die Seite heran Und Schwimmbewegung durchführen Dann rechtes Bein gestreckt Über die Seite hervor kippen Und linkes Bein gestreckt über die Seite hervor kippen Brustkorb bleibt weit Powerhouse ist aktiv Ihr pusht euch weg mit den Schultern Und geht es wieder in die Entspannung Dasselbe im Langarm-Brett Schwimmbewegung mit dem rechten Bein Dreimal Schwimmbewegung mit dem linken Bein Und dreimal Powerhouse aktiv halten Reißverschluss Bauch Nobel-Rippenbögen Länge Halten In der Wirbelsäule Und ausatmen Wieder entspannen In der Kindeshaltung Selbe Bewegung wie vorher Im Langarm-Brett Rechtes Bein Gestreckt heranziehen Linkes Bein Gestreckt heranziehen Powerhouse Versucht wieder aktiv zu bleiben Und zum Entspannen für die Handgelenke Schließen Öffnen Schließen Öffnen Dreimal mit beiden Händen Und ein bisschen ausschütteln Genau wie wenn ihr so Wasser wegspritzen würdet So und das geht weiter In die Brettposition Nochmal Wenn ihr spürt es für die Handgelenke schon genug war Geht es einfach in die Faustposition Und versucht es hier aus der Länge im Brett heraus Abwechselnd die Schultern Noch vor zu bringen Und wieder zurück Dreimal Gern genau Entweder in der Faustposition Oder mit der Handfläche Oder beides Wie ihr wollt Dann kannst du wieder im abschörenden Hund Entspannen Danach Rechtes Bein Hochbringen Im abschörenden Hund Einatmen Weiterspüren Ausatmen Landen Armkreise Rockstar Position Rechten Arm in der Luft Linker Arm am Boden Und nochmal Abschörende Hund Position Linkes Bein Hochbringen Schwerkraft spüren Ausatmen Rockstar Arme kreisen Linke Schultern entspannen lassen Und auch hier wieder drei Wiederholungen Einatmen Länge spüren Ausatmen Landen Einatmen Weite Und ausatmen Zurück Und nochmal Einatmen Länge Ausatmen Fallen Einatmen Armkreise Und ausatmen Zurück gehen Versucht sich gut mit dem großen Schultermuskel weg zu pushen Versucht es in dem Brustkorb weiter zu schaffen Bis zu den Zehenspitzen Bis zu den Zehenspitzen bis zu den Fingerspitzen seid sehr gut bewusst aktiv Abschörende Hund Abschörende Hund Langsam nach vor wandern Und ihr spürt es in die Dehnung rein Auf der Beinrückseite Einatmen Blick nach vor zur Matte Ausatmen Blick zum Bauchnabel Ein Kleine 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 Katkau Bewegungen In Dieser Vorberge Gewicht Ist auf den Zehen Weniger auf den Fersen Und dann wieder zurück In den Abschörenden Hund Gehen Und in der Kindeshaltung Entspannen Finger Aneinander Verschränken Und die Stirn Ruhen lassen Am Boden Jedenmal ausatmen Anspannungen loslassen Und wieder Wirbel für Wirbel hochrollen Zum Entspannen der Handgelenke Könnt ihr nun Handgelenke dehnen Handflächen schon nach oben Oder es können auch Im Fersensitz Könnt ihr auch abwechselnd hier Die Handgelenke dehnen Zum Entspannen Genau Schaut einfach, was ihr hier gut anfühlt Beim Handgelenke dehnen Und der Arm Wird entspannt Atmung fließt Und dann geht's schon In die Position am Rücken Versucht's hier Wieder eine schöne Weite zu schaffen Vorm Scheitel Zum Steißbein Könnt's auch hier Mini-Kett-Kaubewegungen durchführen Nur mit dem Becken Um eine neutrale Position zu finden Knie heranziehen Päckchen Und Kreise Dreimal Von innen nach außen Dann können sie schon Große Kreisbewegungen Nach rechts Große Kreisbewegungen Nach links Mit beiden Knien durchführen Einfach schauen, was ihr hier gut anfühlt Um die Hüften noch ein bisschen weicher zu machen Mit langem Nacken könnt ihr hier in diese umgekehrte Langsitzposition gehen Zehenspitzen ziehen Richtung Decke Einatmen Länge halten Zehenspitzen Richtung Decke ziehen lassen Schön aktiv sein Pause ist aktiv Reißverschluss Zuziehen Bauchnabel Richtung Wirbelsäule bringen Rippenbüben zueinander bringen Länge spüren im Nacken Gesichtsmuskulatur bleibt Nacken ist entspannt Einatmen Noch mehr Richtung Decke wachsen Mit den Zehen Und ausatmen Hier geht es in Die dynamische Bewegung Von in 45 Grad In ca. 110 bis 120 Grad Je nachdem was möglich ist für euch Und versucht es dann schon das Becken mitzunehmen Dreimal Und wieder Knie heranziehen Und entspannen Jetzt wieder sanfte Kreisbewegung Wie vorher im Stehen Dreimal mit dem rechten Bein Über die Seite heranziehen Dreimal mit gestreckten Beinen Über die Seite heranziehen Große Kreisbewegungen Mit dem Zeh durchführen Linkes Knie heranziehen Dreimal Atmung fließt Linkes gestreckt Große Kreise ziehen lassen Wir werden sie mit dem Zehen In der Luft zeichnen möchtet Und beide Beine über die Seite heranziehen Und in der Mitte wieder strecken Einatmen Über die Seite heranziehen Ausatmen Mit aktiver Bauchmuskulatur strecken Einatmen Gestreckt heranziehen Ausatmen Schließen Große, große Beinbewegung Und wir gehen in die Hollow-Position Faustbreit Platz lassen Zwischen Kinn und Brustbein Arm über den Kopf bringen Harnflächen zueinander Schultern sind tief Beine in 45 Grad Position Reißverschluss, Bauchnabel, Rippenbögen schließen Ausatmen Und wieder Hollow-Position halten Und wieder Hollow-Position halten Schließen Ins Päckchen Ausatmen Einatmen Hollow Länge spüren Vor die Fingerspitzen Bis zu den Zehenspitzen Ausatmen Reißverschluss, Bauchnabel, Rippenbögen schließen Einatmen Entspannen Ausatmen Päckchen halten Und wieder Hollow Halten Atmung fließen lassen Schultern sind schön in der Luft Und ausatmen Schließen Es geht weiter in die Unterarm Position Und hier in unsere Scherenbewegung Rechtsbein nach links Linkes Bein nach rechts Abwechseln Dreimal Und in die Hip-Key-Bewegung Linkes Bein macht großen Kreis Rechtses Bein macht großen Kreis Brustkorb ist weit dabei Nacken ist lang Bauchnabel nach innen Genau Dreimal Große, große Hip-Key-Bewegung Und wieder Knie heranziehen Und spannen Wieder in der Rückenlage Versucht ihr In den Langsitz zu gehen Nacken ist ganz lang Reißverschluss, Bauchnabel, Rippenbögen Diesmal gehen wir aus dem Langsitz in die Grätsche Versuchen auch diese ein bisschen zu halten Immer wieder Beine Richtung Oberkörper ziehen Ohne dass sich das Becken hebt zu Beginn Nacken ist ganz lang Versucht wirklich bis zu den Zehenspitzen aktiv zu sein Bleibt sie in einer aktiven Dehnung Zehen ziehen zur Seite Beine, Oberseite der Beinmuskulatur zieht heran Beine sind schön gestreckt und aktiv Reißverschluss zuziehen Und dann geht schon ins Dynamische Wo ihr mit drei Kicks das Becken hochbringt Danach wieder entspannen Wieder Grätsche Und wieder drei Kicks Die das Becken und schon Teile vom unteren Rücken hochbringen Für die Invertübung Du kannst mal entspannen dazwischen Zehen schnappen Knie zur Seite ziehen lassen Gesäßmuskulatur ist aktiv Schaukelt das Becken Glückliche Babyposition Fuß holen Schauen Richtung Decke Einatmen Ausatmen Becken ist schön schwer Und jetzt geht es weiter in die Boden Und es geht dann nochmal ins Boot Zuerst das halbe Boot Unterschenkel parallel zum Boden halten Brustkopf ist schön weit Arm zieht über den Kopf Erster Arm, zweiter Arm Schultern sind schön tief Und Paddelbewegung Versucht hier schön bis zu den Zehenspitzen aktiv zu sein Und mit der Ausatmung wieder schließen Einatmen, Länge Ausatmen, schließen Einatmen, Beine strecken Ausatmen, schließen Ausatmen, schließen Und entspannen im Lotussitz Es geht weiter wieder in der Rückenlage Grätschenposition Hier könnt ihr mal dreimal dynamisch dehnen Beine heranziehen Dann geht es schon ins Aktive Dehnen, wo ihr wieder dreimal die Beine nach vor kickt Dann geht es schon ins PNF-Stretching Beine drücken gegen die Hände Hände halten den Oberschenkel Acht Sekunden Und wieder entspannen Einatmen, Beine strecken Ausatmen, Beine drücken Gegen die Hände 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 Und wieder entspannen Ein letztes Mal Könnt ihr auch über außen greifen Wie es euch lieber ist Und ihr pusht es wieder gegen die Arme Seht schön aktiv mit gepointeten Füßen Acht Sekunden Und dann wieder Knie heranziehen Dann geht es schon in die Langsitzposition Brustkopf ist weit Scheitelpunkt zieht hoch Richtung Decke Nacken ist lang Und die Zehen ziehen zu euch heran Arme gehen über den Kopf Handflächen schauen zueinander Ihr atmet rein in die Position Haltet die Länge von den Fingerspitzen bis zu den Becken Ausatmen, noch vorbewegen Brustkorb möchte zu den Knien Einatmen, Länge halten Ausatmen, Dehnung spüren Und auch hier kleine Cat Cow Bewegung Einatmen, Blick nach vor Ausatmen, Blick zum Bauchnabel Einatmen, Blick nach vor Eventuell Zehen schnappen Und Ausatmen, Blick zum Bauchnabel Und jetzt geht es schon zur ersten Handstandübung Da könnt ihr versuchen von der Wand So weit entfernt zu sein Dass es gut ausgeht Also so eine Beinlänge entfernt sein von der Wand Versucht die Hüften über die Schultern zu bringen Die Schultern sind über den Handgelenken Und ihr macht es wieder drei Schultershrugs Dreimal abwechselnd Schultern zu die Ohren bringen Beine sind gestreckt Steißbein zieht hoch Richtung Decke Fingerspitzen sind natürlich wieder super aktiv Wie Saugnöpfe, Handmuskulatur ist aktiv Linkes Bein strecken Richtung Decke Gepointe, Zehen ziehen Richtung Decke Rechtes Bein strecken Richtung Decke Atmung fließt Und währenddessen könnt ihr natürlich auch wieder Shouldershrugs durchführen Sind super gut Stärke in der Handstandposition Für den großen Schultermuskel Dann könnt ihr abwechselnd mit dem rechten Bein Dreimal das gestreckte Bein Richtung Boden bringen So weit wie es geht Und wieder hoch Linkes Bein strecken, länger spüren Und linkes Bein Richtung Boden bringen Oder parallel zum Boden Wie es sich hört ausgeht Und wieder zurück Dann wieder entspannen In der Kindershaltung Nacken ist lang, Kopf ist schwer Arme sind entspannt Schultern sind entspannt Eventuell dehnen Finger verschränken Hochziehen lassen Richtung Decke Dreimal Und Wirbel für Wirbel hochrollen Jetzt geht schon in die Unterarmposition Auch hier wieder eine Beinlänge Weit weg sein Von der Wand Wieder das Becken Über die Schultern bringen Schultern pushen weg Schultern befinden sich über den Ellbögen Unterarme sind parallel zueinander Schulterbreit geöffnet Und auch hier wieder ein Bein hochbringen Richtung Decke Zehen Spitzen ziehen hoch Länge spüren zwischen den Wirbeln Und dann das andere Bein Rechtes Bein zieht wieder hoch Richtung Decke Reißverschluss Bauchnabel Rippenbögen schließen Und wieder entspannen Dann geht es schon in die große Grätsche Hier wirklich gute Sitzbeinhöcker in die Matte Drücken lassen Zehenspitzen heranziehen Und wir gehen in dynamische Dehnen Dreimal auf jede Beinseite Nach Wippen Links Also Links Mitte Rechts Links Mitte Rechts Und aktive Grätschendehnung Gesäßmuskulatur kontrahiert Außenseite von den Beinen Pusht nach hinten Brustkorb bis weit Dann nach der aktiven Dehnung oder währenddessen geht es schon ins P&F Stretching Ihr drückt es wieder gegen die Hände die was hier den Beinen Widerstand bieten 8 Sekunden lang Das selbe geht natürlich auch gut gegen die Wand Grätsche halten Einatmen und ausatmen Gegen die Wand pushen Mit den Füßen Dann müssen die Hände nicht so also die Arme nicht so dagegen halten 8 Sekunden Und dann wieder entspannen Und ein weiteres Mal Einatmen weiter Und ausatmen Push 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 So Dann geht es weiter In die seitliche Dehnung Ein Bein ist abgewinkelt Das andere befindet sich in der Grätsche Ihr twist jetzt mit geraden Rücken und aktivem Powerhouse zum gebeugten Bein Und Dehnungs zum gestreckten Bein Einatmen Brustkörbis weit Ausatmen Schließen Einatmen weiter Ausatmen Schließen Genau Rechtes Bein strecken Linkes Bein beugen Einatmen Länge spüren Ausatmen Twist zum gebeugten Bein Einatmen Länge Ausatmen Unterer Arm geht zur Innenseite vom gestreckten Bein Oberer Arm möchte den Zeh erreichen Und auch hier wieder Weiterspüren und schließen Weiterspüren und schließen Brustkörb bleibt immer zur Seite gewandt Nur die obere Schulter und der Arm hebt sich leicht nach hinten Dann wieder einen Lotus-Sitz Entspannen Schmetterling Abwechseln Knie Richtung Boden bringen Dynamisch dehnen Dann schon aktiv dehnen Gesäßmuskulatur kontrahieren Knie Richtung Boden ziehen lassen Einatmen Ausatmen PNF Stretching 8 Sekunden gegen die Ellbögen drücken Mit der Innenseite vom Oberschenkel Einatmen Entspannen Ausatmen Nochmal 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Entspannen Und nochmal Einatmen Länge spüren Der Wirbelsäule Ausatmen Push Dagegen Einatmen Brustkorb weiten Ausatmen Push Dagegen Und dann geht es schon in die Taube Linkes Bein ist abgewinkelt Vorderer linker großer Zeh drückt in Matte Hinterer rechter großer Zeh drückt in Matte Das heißt das vordere Fußgelenk und das hintere Kniegelenk ist geschützt über eine aktive Linie die was bis zum Gesäßmuskel spürbar ist Hier könnt ihr euch aufrichten Fädchen wieder spüren was beim Scheitel über die Fingerspitzen hoch zieht Richtung Decke Einatmen Einatmen Länge Ausatmen Abwechselnd Reißverschluss Bauch Nabel Rippenbögen schließen Einatmen Weiter im Brustkorb spüren Ausatmen Rechten Gesäßmuskel Kontrahieren Lassen Absolutiv Verrutschen Und dann wieder entspannen Und dasselbe Schon auf die andere Seite durchführen Entspannen könnt ihr im halben Lotus Dehnung spüren Auch den Rücken entspannen Ihr wart es gerade in der Rückbeuge Könnt es jetzt in der Vorbeuge gehen Und dann geht es schon in die Taubenposition Rechtes Bein ist abgewinkelt Linkes Bein ist gestreckt Rechter Kleiner Zeh drückt in die Matte Hinterer Linker Großer Zeh drückt in die Matte Hier wieder Linken Gesäßmuskel Diesmal aktivieren Damit sie die Dehnung fördert In der linken Hüfte Fingerspitzen ziehen hoch Scheitel zieht hoch Nacken ist lang Schultern sind tief Brustkorb ist weit Einatmen Und ausatmen Aktiver Linie Basis halten Einatmen Weite Und ein bisschen tiefer reinrutschen Zum entspannen könnt ihr euch dann wieder am Rücken legen Und einfach abwechselnd Ein Knie zur Mitte fallen lassen Das andere Knie zur Mitte fallen lassen Füße sind So zur Seite geöffnet Einfach schauen, was sie gut anfühlt Könnt es natürlich gern noch Abschließend Ein paar Bewegungen Dehnungsübungen durchführen Was sie für euch noch gut anfühlen Oder ihr habt es noch voll viel Energie Dann könnt ihr noch weiter Handstand üben Ansonsten lade ich euch ein Dass ihr euch ins Shavasana begebt Und die Entspannungsposition Und gut auf der Matte wieder landet Einatmen Weiterspürt Und ausatmen In die Matte sinkt Anspannungen loslässt Einatmen Gesichtsmuskulatur entspannen Und ausatmen Die Aufliegepunkte der Matte spüren Und in diese rein sinken Schaut einfach, was euer Körper jetzt braucht Und ja, dann wünsche ich eine gute Endentspannung Und bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss